Ja, auf wen und auf was kann man sich in dieser Corona-Krise eigentlich noch verlassen? Das, was mal versprochen wurde, das gilt dann wenig später plötzlich nicht mehr. Neuestes Beispiel, das betrifft Genesene, also alle, die die Corona überstanden haben. Ja, und das, das ist echt ein Hammer, denn plötzlich seit dem Wochenende gilt, dass man nur noch drei Monate lang als Genesener gilt, statt, wie bisher, sechs Monate. Das ist eine ganz wichtige Änderung. Hier schauen Sie mal auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts. Da hat man das mal ebenso heimlich, still und leise am Wochenende geändert, dass nämlich der Genesenen-Status nach drei Monaten weg ist, ab jetzt. Ja, und das sorgt natürlich für heftige Aufregung bei uns im Studio, ist jetzt BILD-Meinungschef Philipp Piatow, den wir fragen wollen. Philipp, schönen guten Tag. Wie kommt das eigentlich, dass das Robert-Koch-Institut das so ganz unauffällig und leise ändern kann? Ja, also das Robert-Koch-Institut ist ja eine Behörde, die zum Gesundheitsministerium gehört und ist offenbar zu der Einschätzung gekommen, dass der Genesenen-Status nach drei Monaten abläuft, weil danach der Schutz vor einer Infektion, vor einem schweren Verlauf möglicherweise nicht hoch genug ist. Ob das Robert-Koch-Institut diese Entscheidung tatsächlich mit ausreichend Daten hinterlegt hat, das bezweifle ich ehrlich gesagt, weil ganz viele andere Experten, auch die Gesellschaft für Virologie beispielsweise bis vor kurzem, noch etwas ganz anderes gesagt haben. Die haben gesagt, man muss den Genesenen-Status von sechs auf zwölf Monate verlängern. Man muss zumindest Genesenen auch Geimpften gleichstellen. Das war bislang der Konsens. Denen bricht das Robert-Koch-Institut einfach so mal auf und beschneidet damit ja die Rechte von Millionen Menschen. Durch diese Passage da auf der Website, das ist schon ein Ding, nur wer ganz spitzfindig war, wer richtig nachgeschaut hat am Wochenende auf dieser Seite, der hat das dann gefunden. Dann hat das daraufhin eine Riesenwelle gemacht, für heftig Aufregung gesorgt, weil viele was anderes versprochen haben, auch Karl Lauterbach selbst, der Gesundheitsminister. Schauen wir mal rein, was er noch vor Monaten dazu gesagt hat. Man könnte tatsächlich die Antikörper sehr viel interessanter nutzen, als wir das derzeit tun, weil wir wissen, dass der Genesenen-Status sehr gut schützt. Am Anfang sah es zeitweise so aus, als wenn die Impfung besser schützen würde als der Genesenen-Status. Das hat sich als falsch erwiesen. Das ist einfach nicht richtig. Also wir wissen heute, dass der Genesenen-Status sehr umfänglich schützt. Und wir wissen auch, dass der Genesenen-Status ganz gut schützt über die sechs Monate hinaus. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass wir den Genesenen-Status mit dem Antikörpernachweis so nutzen, dass man auch über die sechs Monate hinaus noch als genesen gilt. Also ganz genau das Gegenteil von dem, was jetzt passiert. Philipp Piatow, sechs Monate und sogar darüber hinaus, das kann sich der Gesundheitsminister vorstellen. Jetzt aber kommt das RKI und sagt, nein, drei Monate länger nicht. Tja, also es scheint mir, als hätte Karl Lauterbach seine Behörde, seine Unterbehörde, das Robert-Koch-Institut nicht im Griff. Weil erneut erlaubt sich das Robert-Koch-Institut etwas, was von der Politik so nicht kommuniziert wurde. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum das Robert-Koch-Institut ehrlich gesagt auch nach so vielen Versäumnissen, allein in den vergangenen Monaten, nach den ganzen falschen Prognosen, nach dem Datenblindflug über den Jahreswechsel, überhaupt noch so etwas entscheiden darf. Wir haben dazu ja einen Expertenrat, den hat Olaf Scholz, der Bundeskanzler, berufen. Da sitzen renommierte Virologen und andere Experten drin. Man könnte die Frage, wie lange ein Genesener denn geschützt ist, ja auch in die Hände des Expertenrats legen. Dort hätte man eine unabhängige Entscheidung mit vielen Meinungen, mit sehr breit gestützt. Und jetzt ist das RKI einfach mal so am Wochenende. Da wundert mich nicht, dass die Bürger dem einfach nicht mehr glauben, das auch nicht verstehen. Das Institut macht, was es will, ganz offenbar. So siehst du das, Philipp. Und auf welcher Basis eigentlich? Das hat ja offenbar keine richtige Expertenmedizinische Basis. Ist das eine politische Entscheidung von dem Institut mit Blick auch auf eine mögliche Impfpflicht? Mir scheint das auch eher eine politische Entscheidung zu sein. Weil bevor man so eine Entscheidung trifft, müsste man ja eigentlich Studien durchführen, um zu schauen, ist das tatsächlich so, dass durch Omikron der genesenen Status massiv verkürzt werden muss. Weil die Leute beispielsweise schon drei Monate nach einer Genesung einen kaum mehr wirksamen Schutz haben. Aber unsere Datenlage in Deutschland reicht dazu gar nicht aus. Wir wissen nicht mal, wie viele Genesene es gibt. Andere Länder wie Dänemark, wie Großbritannien haben das sehr systematisch gemessen, um abzuschätzen, wie hoch war eigentlich die Dunkelziffer der Infizierten, um auch zu wissen, wie viele Menschen haben sich denn insgesamt infiziert, also wie hoch ist die Grundimmunisierung in der Bevölkerung. Deutschland hat sowas ja nie gemacht. Und das lege ja auch in der Verantwortung des Robert-Koch-Instituts. Also der Fehler ging damit los, dass wir nicht mal wissen, wie viele Genesene wir haben. Und wir enthalten deshalb Menschen ihre Rechte vor. Und jetzt beschneiden wir sie noch stärker, einfach weil das Robert-Koch-Institut eine Laune hatte, die es bislang der Öffentlichkeit noch nicht erklärt hat. Was wir auch alle nicht wissen, Philipp, ist, wann hat diese Pandemie endlich ein Ende? Und auch da gibt es ordentlich Zoffe, wenn wir anschauen, was die Virologen sagen. Denn die widersprechen sich durchaus, wann dieses Ende in Sicht ist, wann wir damit rechnen können. Da gibt es unterschiedliche Meinungen. Ja, absolut. Da zeichnet sich gerade bei einigen eine interessante Kurskorrektur an. Beispielsweise auch bei Christian Drosten, dem renommierten Virologen, dem Chef-Virologen der Charité, den wir auch hier im Hintergrund sehen. Christian Drosten war ja immer einer der ganz großen Mahner in der Pandemie. Das kann man richtig oder falsch finden. Aber wenn man sich seine aktuellen Äußerungen durchliest, dann hört er sich für mich zumindest immer stärker an wie Hendrik Streeck. Schauen wir mal drauf auf die aktuellste Äußerung von Christian Drosten. Also den, den wir alle immer dem Team Vorsicht zugeordnet haben. Eigentlich Mannschaftskapitän dieses Team Vorsichts. Der sagt jetzt, wir haben jetzt schon ein ganzes Stück dieses Weges geschafft über Impfung. Den müssen wir jetzt zu Ende gehen, damit wir im Laufe des Jahres 2022 in die endemische Phase kommen und den pandemischen Zustand für beendet erklären können. Also das ist ganz wichtig, auch wenn es sehr wissenschaftlich klingt, von der Pandemie in die Endemie bedeutet Ende der Pandemie. Das ist ein neuer Zustand, wo wir normal werden wieder. Ja, das hört sich doch erstmal ganz gut an. Also wenn mir ein Virologe jetzt sagt, also Ende des Jahres, dann wird es auch wirklich deutlich lockerer. Er sagt auch, Ende des Jahres steigen nochmal die Inzidenzen. Das wird nicht ganz wie bei einer Grippe, aber vielleicht werden wir Masken tragen müssen, mehr aber auch nicht. Dann sage ich gekauft. Das nehme ich. Vor allem all das noch in diesem Jahr. Also das ist eine echte Aussicht, die mir da gezeichnet wird. Wobei es noch lang ist, das Jahr. Vom Januar aus gesehen. Es wäre so schön, wie ich früher käme. Aber der Lauterbach sieht es halt anders. Der hält dagegen. Schauen wir drauf, was der aktuelle Bundesgesundheitsminister sagt. Obwohl jetzt selbst, wie gesagt, Christian Drosten sagt, da ist ein Ende in Sicht. Sagt er, das Variantenalphabet wird nicht mit Omikron enden. Es gibt keinen einzigen mir bekannten namhaften Wissenschaftler, der behauptet, dass Omikron das Ende von Corona ist. Das sagt Drosten ja auch nicht. Nicht das Ende von Corona, aber das Ende der Pandemie. Und er, Karl Lauterbach, der schlägt da schon einen eher noch alarmistischen, eher warnenden Ton an. Er will sich einen ganz anderen Ton. Wenn man jetzt, sagen wir mal, Herrn Lauterbach das Interview von Christian Drosten im Tagesspiegel vorlegen würde, dann würde Karl Lauterbach sagen, ich stimme diesem Mann in jedem Punkt zu. Aber der Ton macht ja die Musik. Und der Ton ist ein ganz anderer. Und der Ton von Karl Lauterbach ist bloß keine Entspannung, bloß keine Lockerung. Und auf gar keinen Fall darf man jetzt anfangen, an der Impfpflicht zu zweifeln. Wir müssen jetzt uns vorbereiten auf einen ganz langen Zeitraum. Wir müssen jetzt impfen, um den nächsten Winter die absolute Hölle zu verhindern. Das ist das, was aus dem Interview mit Karl Lauterbach hervorkommt. Und das ist ein ganz anderer Ton als der Christian Drosten. Guten Tag, das große Interview von Karl Lauterbach. Das heißt, er läuft im Grunde der Zeit hinterher. Die Politik, die Regierung läuft der Zeit. Und selbst den vorsichtigsten Wissenschaftlern wie Christian Drosten hinterher? Absolut. Er wird, ehrlich gesagt, immer einsamer. Zumindest politisch gesehen. Selbst Markus Söder, der Chef, der selbsternannte Chef des selbsternannten ausgerufenen Teams Vorsicht, selbst der hat ja schon offen eine Kurskorrektur angekündigt und sagt, wir müssen mehr an die Kollateralschäden der Maßnahmen denken. Wir müssen mehr an wirtschaftliche, psychische, soziale Schäden denken. Und Karl Lauterbach bleibt dabei. Ihm geht es vor allem darum, Corona zu bekämpfen, die Zahlen so niedrig es geht zu halten. Während Christian Drosten langsam die Abkehr davon verkündet und auch schon in einem Podcast gesagt hat, man könnte die Quarantäne ganz abschaffen. Der jetzt in diesem Tagesspiegel-Interview gesagt hat, No-Covid, diese Bewegung, mit der man Inzidenzen niedrig halten wollte, mit der er übrigens durchaus auch sympathisiert hat. Das war nie realisierbar. Das hätte nie im Leben geklappt, deswegen gut, dass wir das nicht gemacht haben. Deswegen, da merkt man schon, einige Leute versuchen, ihren Kurs zu korrigieren, auch in der Öffentlichkeit ihren Kurs zu korrigieren, während Karl Lauterbach sich treu bleibt.